Starvector auf dem Weg zu unserer Station, weil hier ist nichts zu sehen. Geh ich mal von aus. Ne, Prozykon. Das heißt, ne, warte mal. Wir hätten jetzt Fuel haben müssen und Supplies und das haben wir im Endeffekt. Also waren wir da. Gut. Und dann in Jump Point rein. To Hyperspace. Ja. Äh. Gut. Wo fliegen wir dann hin? Dann fliegen wir hier Richtung diesen Piraten, oder? Wollen's doch mal wissen, ne? Nexus. Ne, wir fliegen erstmal nach unserer Heim, oder zu unserer Heimat. Speeding up time. Gucken, was unterwegs passiert. Kann ja auch sein, dass uns einer angreift. Wäre ja auch mal schön. Aber glauben tue ich auch schon nicht mehr dran. Ich glaube, wir haben vier Destroyer und ein Battleship. Das müsste ja eigentlich auch dann reichen, ne? Um irgendwie einen Angriff mal zu starten. So, da müsste unser System langsam auftauchen. Hier, der möchte was wissen von uns. Äh, ich glaube nicht. Es wird sowieso verneint werden. Gott. Zu unserer Station. Industrial Equipment wird grad produziert. Und bei dem anderen war Fuel ohne Ende war da. Ja, okay. Da hin. Das nehmen wir mit. Und das auch. Und der Rest bleibt hier. Supplies Fuel haben wir da. Dann da wieder raus. Kurz einmal schauen, wo hier die Station rumschwebt. Fliegen wir mal da hin. Brauchen denke ich mal Fuel und Supplies. Hier würden die die Industrial Equipment nehmen. Äh. So was verkaufen. Wir verkaufen es, damit wir mal hier Erfahrungspunkte kriegen gucken. Da haben wir auch gleich schon Level Aufstieg. Äh. Gut, das haben wir geschafft. Und dann. Ja, müssen wir noch was kaufen. Supplies brauchen wir ein bisschen. Okay. Ich denke mal so ist schon okay. Und da. Glaub ich brauchen wir noch nix. Und. Auch raus aus dem Bildschirm. Leaf. Und. Sprungtor. Gibt's hier nur eins. Ach, hier hinter ist es versteckt. Da. Okay. Okay. Dann da mal hin. Weitere raus summen können wir wohl nicht. Speeding Up Time habe ich schon gedrückt. Ende Studio Equipment 123 wieder. Fuel 157. Also wir können gerade noch hier auf dem Weg dahin diese zwei Punkte noch vergeben. Äh. Äh. Ja, und da würde ich ja ganz gerne erstmal. Ach, das geht nicht. Wir haben schon zwei. Command Points interessieren uns, oder? Ja. Advanced Tactics. Leadership. Und das war Fleet Logistics. Das wäre dann, dass wir mehr Schiffe, glaub ich, mitnehmen können, oder? Hm, Plans. Battle Plans. Hm. Schwierig. Auf der anderen Seite sollten wir, wenn wir kämpfen wollen, uns hier mal weiter fortbringen. Also. Headstranger. Hm, 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 hm. Also hier Missiles ist ja... Machen wir mal einen drauf, oder? Expanded Missile Rocks 3, da kann man nicht hin. Weapon Damage. Hm. Das nicht. Das. Ja. Tja. Was haben wir hier? Power Grid Modulation. Da werden wir besserer Durchschlagskraft haben, in dem Sinne. Kommen wir das dazu und ist gut. Okay, und weiter geht's. Zum Hyperspace. Ich glaube, wir fliegen nach Achilles hier unter und gucken, dass wir da unsere Low-Tech-Komponents runterkriegen. immer wieder Erfahrungspunkte kriegen, ne? Da. Müsste eigentlich von unserem Treibstoff her reichen, oder? Oh, der rennt mit 40 tagen, äh, 40 stück am Tag, ganz schön schnell runter, ne? Drei Tage haben wir noch. Zwei Tage. Drei Tage. Und ein Tag. Und ein Tag, und das ist schon das System, oder? Da können wir nicht landen. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Oder Jump. Und... Buy Low-Tech-Komponents. Oh, da haben wir jetzt was falsch gemacht. Hier sind wir falsch hingeflogen. Hier sind wir falsch hingeflogen. Okay, ist aber nicht schlimm. Kann ja mal passieren, ne? Hier nehmen wir noch was mit. Und viel brauchen wir auf jeden Fall, ne? Confirm. Geht hier das mal richtig... Ja. Dann geht hier nix. Dann müssen wir jetzt hier weg zum Sprungtor wieder hin. Ist ja gerade um die Ecke, ne? Oder Hyperspace-Jump. Und dann nach Zentronom. Da müssen wir hin. Schauen wir mal. Da ist es schon. Rein da. Und zur Trading Station. Die ist da. Da ist es schon. No-Tech-Komponenten sind da schon wieder gemacht worden. Und die können wir jetzt hier verkaufen. 193. So, das haben wir Erfahrung gekriegt. Und wir könnten gleichzeitig jetzt hier die Hightech kaufen, ne? Die würden nach Nexus gebracht werden müssen. Aber die müssten rein theoretisch doch dann auch bei uns im System. Aber wir nehmen sie einfach mal mit, oder? Da weg. Hier nochmal reingeguckt. Fuel fehlt ein bisschen. Nehmen wir das noch mit. Nehmen wir das auch noch mit. Confirm. Aber wir haben nicht genug Geld. Alles klar. Tja. nochmal Abort, ne? 414 haben wir. Aber da gibt es ja ganz wenig nur, ne? Aber die 5 nehmen wir mit, weil dann könnte es dann doch vielleicht reichen, ne? Dann zum Sprungtor hin. Da ist es schon. Da hin. Und da hin. Gucken, ob das funktioniert mit unseren Hightech-Komponenten. Ob wir die da verkaufen können. Ja, da war der Sprit jetzt alle. Und so wie es aussieht, haben wir aber richtig gemacht, ne? Ja. Ist geglückt. Gut. Dann zu unserer Station gerade hin. Passt. Da kaufen wir, oder kaufen wir nicht einen. Da holen wir es weg. Confirm. Das lassen wir alles andere hier. Und fliegen zur Station, die dort unten ist. Ne, das wollte ich gar nicht, ne? Aber wir sind ja auch sofort da. So. Die können wir wieder verkaufen. Buy-Low-Tech-Komponents. Buy-Low-Tech-Komponents. Ich wollte aber verkaufen. Das geht hier gar nicht. Hm. Hätte ich jetzt mitgerechnet. Ah, okay. Die will ich hier auch nicht verkaufen. Wir müssen aber was verkaufen, sehe ich gerade. Weil wir sonst keine Kohle haben zum Kaufen. Gut. Dann kaufen wir einen. Und hier so viel und confirm. haben. So. Die verkaufen wir jetzt. Low-Tech-Komponents müssten wir eigentlich jetzt bei Nexus verkaufen, oder? Ja. Hier raus. Da auch raus. Sprungtor anvisieren. Wir sind da. Da ist eins. Da ist eins. Ich glaube das. Eins, zwei, drei Kästchen. Ja. Ich glaube das ist immer noch das Nähere. Speeding up time. Auf zum Sprungtor. Wo ist es? Da ist es. Rein da. Dann fliegen wir erst nach Nexus. Weil wir dort, sag schon, die Low-Tech-Komponents wohl verkaufen können. Dann da rein. Ja und dann würde ich sagen, speichern wir erst ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.